Immer mehr Menschen erleben Verlust oder Trauer. Wenn dich es interessiert, solche Menschen zu begleiten, zu beraten, zu betreuen oder wenn du schon in einem Beruf tätig bist im psychosozialen Umfeld, so kannst du hier in diesem Lehrgang, den wir hier anbieten, dies lernen. Auch deine eigene Trauer lernst du hier zu verarbeiten und zu bewältigen. Wenn es dich interessiert, als Laie, Helfer oder im beruflichen Kontext darin zu arbeiten, so komme jetzt und klicke hier auf unseren Informationsamt oder wie ihr es erfährst.